Freunde des gehobenen Fährenspars, jetzt geht's los! Hey! Wollt ihr alle in den Zoo? Ja! Ich höre Antenne Bayern. Ich höre Antenne Bayern. Ich höre Antenne Bayern. Also die haben schon mal alle gesagt, ich höre Antenne Bayern. Es fühlt sich an, als würde ich in einem riesigen, gigantischen Wasserball stecken. Ist das lustig! Ja! Hallo, ich höre Antenne Bayern. Bitte schön! Kann ich auch Antenne Bayern? Ja! Wir hören Antenne Bayern. Ganz exklusiv, nur für euch, jetzt hier Unterbäumen im Zoo in Augsburg. Hier ist mit einem lauten Applaus Philipp Dittberger. Ja genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Philipp Dittberger, tschau. Vielen Dank.